Die heutige Ausgabe von PC SOS TV hat, wie ihr gerade unschwer erkennen könnt, mit Lautsprechern zu tun. Und zwar mit einer ganzen Menge Lautsprecher. In diesem Video erklären wir euch all das, was ihr zu 5.1 Surround Sound schon immer wissen wolltet. Zuerst einmal die Frage, warum überhaupt 5.1 Sound? Surround Sound kennt ihr alle aus dem Kino und stammt demnach aus der Fundgrube der Filmemacher. Die Tonjungs wollten, bevor die Bilder noch schärfer und dreidimensional wurden, auch auf der Audioebene noch eine Dimension draufpacken. Heute hat sich Surround Sound in Kinofilmen, Computerspielen und auch zum Teil in der Musikwiedergabe etabliert. In diesem Video werde ich speziell auf zwei Systeme eingehen. Zum einen auf 5.1 Sound-Systeme, die speziell für den Computernutzer entwickelt wurden, und auf 5.1 Systeme aus dem Bereich Home Entertainment, wie ihr sie in jedem Elektronikfachmarkt kaufen könnt, um eurem neuen TV-Gerät mit seinen meist schlecht klingenden Lautsprechern etwas unter die Arme zu greifen. Im Grunde eines der wichtigsten Kriterien bei Surround Sound ist die Aufstellung der Lautsprecher. Und ich sage das deshalb so deutlich, da viele die folgenden Vorgaben nicht beachten. Dann könnte man sich das Geld für die 5.1 Anlage sparen. Wir beginnen mit der Position des Center-Lautsprechers auf der Null-Grad-Achse gegenüber dem Zuhörer. Filme werden so gemischt, dass aus dem Center das gesamte gesprochene Wort kommt, einschließlich der Effektgeräusche, die gerade im sichtbaren Kamerawinkel passieren. Demnach solltet ihr den Center auf der Null-Grad-Achse entweder über oder unter dem Bildschirm aufstellen, um eine perfekte Ortung zu erhalten. In unserem kleinen Modellraum findet ihr den Center unterhalb des Bildschirms, wo er meist unauffälliger montiert werden kann. Weiter geht es mit dem vorderen Stereo-Lautsprecher-Pärchen. Diese beiden Lautsprecher sollten in einem Winkel von je 30 Grad vom Center seitlich des Bildschirms positioniert werden. Über die vorderen Stereo-Kanäle kommt im Film eigentlich alles, was mit Musik zu tun hat, akustische Atmosphären werden darüber erzählt und Stereo-Effekte abgebildet. Die Positionierung der 30-Grad-Winkel sollte so gut es geht eingehalten werden, um den Klangeindruck am Abhörplatz nicht zu verfälschen. Für die Lautsprecher solltet ihr seitlich des TV-Geräts einen Platz finden. Wenn wir schon von optimalen Positionen reden, dann könnt ihr auch noch darauf schauen, dass sich die Hochtöner eurer Lautsprecher etwa auf Kopfhöhe in eurer Abhörstellung befinden. Nun kommen wir zu den Surround-Lautsprechern. Diese solltet ihr, wenn möglich, in einem Winkel von 110 Grad zur Kopfachse aufstellen. Über die Surround-Kanäle erhaltet ihr räumliche Tiefeninformationen. Außerdem werden die hinteren Kanäle gerne für Effekte, die nicht im Bild sichtbar sind, verwendet. Zum Beispiel der Klassiker, ein vorbeifliegender Helikopter. Auch wenn sich die Aufstellung mit 110 Grad raumtechnisch schwierig gestaltet, solltet ihr versuchen, die Position so gut es geht einzuhalten, da Filme genau für diese Lautsprecherposition gemischt werden. Zu guter Letzt der Subwoofer, um das 5.1-System abzurunden. Der Subwoofer heißt bei 5.1 in Wahrheit Low Frequency Effect, kurz LFE, und wird auch wie ein Effektkanal behandelt. Das heißt, dass aus den Front-Lautsprechern im Grunde der gesamte Frequenzbereich kommt. Zusätzlich hat man den LFE als Effektkanal, um sehr tiefe Frequenzen zu unterstützen, beispielsweise bei Explosionen. Es ist eigentlich egal, wo im Raum sich der LFE befindet, da unser Gehör tiefe Töne nicht orten kann. In Raumecken sollte man ihn dennoch nicht aufstellen, da es dort aus akustischen Gründen zu starkem Dröhnen kommen kann. Der nächste Abschnitt behandelt das Anschließen und Verkabeln von 5.1-Systemen. Zuerst zu den Computersystemen. Auf der Anschlussseite eures Mainboards im PC findet ihr verschiedene Möglichkeiten, ein Audiosignal zu übertragen. Die erste Variante über TOS-Link benötigt nur ein Kabel, ein sogenannter Lichtwellenleiter, der digitales Audio überträgt. Demnach überträgt man das gesamte 5.1-Signal über ein Kabel. Der zweite Weg überträgt ebenfalls ein digitales Audiosignal über ein Kabel. Mit einem digitalen Koaxialkabel könnt ihr euren Computer mit der 5.1-Anlage verbinden. Und der herkömmliche analoge Weg über das 3,5 mm Klinkenkabel funktioniert natürlich auch noch bestens. Ihr benötigt allerdings gleich drei dieser Kabel für die Übertragung von 5.1. Bleiben wir bei der analogen Lösung, die fast jeder von euch auf dem Mainboard vorfindet. Ihr verbindet die grün markierten Frontkanäle mit dem Eingang auf der Subwooferseite eures Systems. Genauso verfahrt ihr mit den Rearkanälen in schwarz und der Kombination aus Center und Subwoofer in orange. Vom Subwoofer aus müsst ihr nun nur noch die einzelnen Lautsprecher verkabeln. Und zwar in der Reihenfolge, wie ihr sie hier bzw. an eurem Gerät aufgelistet seht. Auf der Home Entertainment Seite verläuft die Verkabelung meist über einen AV-Receiver, der die Kanäle aufteilt, verstärkt und an die einzelnen Lautsprecher schickt. In dem Fall verbindet ihr euer Fernsehgerät mit dem 5.1-Receiver. Auch hier gibt es die Möglichkeit, den Lichtwellenleiter TOS-Link einzusetzen. Oder ihr benutzt einfach HDMI, damit lässt sich nämlich nicht nur ein Bildsignal, sondern auch mehr Kanalton wunderbar übertragen. Weiter geht's auf der Rückseite des AV-Receivers. Hier verkabelt ihr die Frontkanäle links und rechts mit den hier markierten Ausgängen. Der Center wird in diesem Beispiel an die grüne Buchse angeschlossen und die Surroundkanäle links und rechts an der blauen bzw. grauen Lautsprecherbuchse. Der Subwoofer hat meist eine eigene Stromversorgung und bekommt deshalb den unverstärkten violetten Pre-Out-Ausgang. Um einen Blu-Ray-Player in das Setup einzubinden, verkabelt ihr diesen einfach per HDMI mit dem TV-Gerät. Zuletzt noch ein paar wichtige Worte zur Einrichtung eures Systems. An eurem Rechner müsst ihr das Treibermenü eurer Soundkarte aufrufen. Dort könnt ihr eine andere Lautsprecherkonfiguration auswählen, von Standard-Stereo auf 5.1-Lautsprecher. Oft bieten euch die Treiber noch Möglichkeiten, Raumkorrekturen für einzelne Lautsprecher vorzunehmen, um das System individuell anzupassen. Beim Heimkino dagegen müsst ihr mit der Fernbedienung in das Audio-Menü eures TV-Geräts navigieren, um dort den Stereoton auf Mehrkanalton zu erweitern. Weiter in der Signalkette müsst ihr den Input eures AV-Receivers auf das richtige 5.1-Signal stellen. Unterschieden werden im Grunde zwei Verfahren, einmal Dolby Digital und DTS. Welches Verfahren euer Film benutzt, findet ihr immer auf der DVD- oder Blu-Ray-Hülle. Viele AV-Receiver erlauben zusätzlich, wie am PC, Raumkorrekturen für einzelne Lautsprecher. Das wäre geschafft. Jetzt könnt ihr euren Wunschfilm einlegen und im Disc-Menü noch den Surround-Stream auswählen, in einer Sprache, der ihr natürlich mächtig seid, versteht sich. Und dann geht er los, der Spaß in 5.1. Freunde des wahren Surround-Sounds, damit wären wir schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Hoffentlich habt ihr wieder was mitnehmen können. Ich freue mich über eure Kommentare, Kritiken und Themenvorschläge. Beglückt noch den Abonnier-Button, wir sind raus und bis zur nächsten Folge PC SOS TV. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.